hallo minecraft willkommen zur nächsten folge hermit pack vom fdb launcher letztes mal haben uns ja clay und zeug gesucht muss man auch ordentlich gefunden haben genau eine schiene ich weiß wo die hergekommen ist ich will jetzt mal kurz da oben auf den berg gehen mal gucken wie man was von der aussicht man hat ich hoffe man wir kommen da einfach so hoch dankeschön so und genau und dann wollen wir uns in dieser folge auf den rückweg machen natürlich ist gut hier kommen wir gut hoch kommen auf dem rückweg wollen wir uns machen und schauen ob wir uns eine smeltery bauen können ich muss echt sagen eigentlich wäre diese insel hier dieser dieser berg hier viel besser geeignet wir haben viel mehr platz wo ich habe kein essen ich habe keinen crafting täglich ich werde mir hier mal so einen kleinen außenposten errichten nicht viele aber es reicht vielleicht um hier ein bisschen auszuleuchten das bett aufzustellen und zu schlafen jawohl so gut dann wollte ich mir das haben wir letzte in einer der letzten folgen haben wir so viel fleisch organisiert aber nichts gebraten das war natürlich mal wieder sehr klug von mir ich leuchte noch ein bisschen mehr aus einfach mal dass wir hier ausgeleuchtet haben weil ich könnte mir vorstellen dass ich umziehe dass ich umziehe und zwar hierher auf diesen berg sieht cool aus ja das hat was hier das wollte ich jetzt nicht da haben wir nicht so geplant kommen wir jetzt wieder hoch ohne abzustürzen so gut keine fackeln mehr jetzt sollte aber das fleisch auch fertig sein da brauchen wir nichts mehr einwerfen es sieht ja nämlich da haben wir so ein großes plateau das sieht eigentlich viel besser aus ich will mir jetzt nur mal gucken ob wir hier mit b setzen wir uns einen waypoint laden tun so gut und jetzt sollten wir noch irgendwie gucken ne ach so ok wo sehe ich denn wo habe ich denn ok wir müssen einfach so zurückfinden ich glaube wir müssen in diese richtung wir wollen nämlich trotzdem noch mal zurück oder soll ich gleich hier bleiben man tragen kann ich sowieso nichts also könnte ich auch kurz hier bleiben hier mal ein paar bäume fällen mir ein paar kisten machen das zeug was ich gerade im inventar habe da reinpacken bevor wir jetzt zurückgehen und dann wieder dastehen und keine taschen haben fünf kisten brauchen wir nicht wenn jemand vier vier aus gott das fällt mir einfach viel besser und dann bauen wir hier nicht gleich richtig bevor wir jetzt zweimal anfangen das wäre ja ein bisschen doof so 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 dann packen wir hier mal das zeug rein clay sand und alles was wir da so haben kabel ja und hier kommt anderes zeug rein können wir hier können welche äpfel bäume bauen bestimmt nein apel doch apple 3 3 äpfel brauchen wir dafür so viele äpfel haben aber nicht hier ist eine note nein oder ne nee ich habe schon gedacht und dann fällen wir den Baum hier auch gleich noch so und ich habe mit shadow tss gesprochen der hat leider auch noch keine idee für einen texture pack für dieses mod pack hier aber ich hoffe dass ihr mir vielleicht immer noch weiterhelfen könnt am besten ein bisschen smooth aussieht ein bisschen modern ist damit es hier zum baustil passt den ich vor habe und dann denke ich kann man bald hier mal auch ein bisschen schöner aussehen da wächst irgendwas das ist gerade gewachsen als ich hier lang gelaufen bin wir haben noch ein bisschen alabaster alles schön alles da was wir brauchen oder was ich will aber so ein weiterer apfel wird mir auch gefallen ich gucke mal gerade ob da noch da ist noch ein auch gut dann hoffe ich mal dass da noch ein apfel rauskommt dann können wir nämlich einen apfelbaum bauen bohnen sind das war nichts mit dem apfelbaum mit dem baum und dem apfel und so natürlich müssen wir hier ein aufpassen aber ich gucke mal dass ich jetzt mal ein apfel krieg drei mal tief gut durchgeatmet vielleicht gibt der baum uns ja noch ein apfel auch nicht und der bloß ein apfel noch ist ja logisch ist ja logisch du hast zwei du brauchst nur noch einen und dann kommt keiner mehr da ist einer jawohl geht doch so ab nach oben warte mal wir nehmen uns gleich noch einen pot einen pot Wasser mit dann können wir da geht es in der höhle das ist eine durchgangshöhle können wir nämlich auch noch da oben ein feld anlegen auch noch wasser so dann probieren wir mal da wieder hoch zu kommen ohne abzustürzen das ist natürlich so eine geschichte hier ja wir müssen immer wenn wir runter gehen auch wieder hoch aber das ging einfach das ging richtig einfach nochmal einfach hier rein hallo genau danke was haben wir denn jetzt gemacht apfel 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 bauen apfel apfel abgebauen und das habe ich eigentlich auch doof gemacht weil dann würde ich doch am liebsten da unten pflanzen wo mehr platz haben hier sehr schön und mir haben wir nicht und dann gucken wir jetzt mal nach den tinkers konstrukt das dann brauche ich auch noch mal fehle platziert worden von mir pflanzen auch gleich da unten in die blumen lassen zeug fallen ich hoffe man hat der baum wächst in der zwischenzeit ist schon wieder nacht so nieder travel sound gleich so so das da wollen wir aber crowd wollen wir ja ok ich hab schon wieder vergessen wie es geht in die ecken kommt gravel und sonst kommt sand die muss man jetzt brennen ob so viel kohle haben wir gehen jetzt schlafen und dann habe ich irgendwo hier in der Nähe von markkohle gesehen die holen uns gleich meine es war irgendwo da ist auch alles da was wir brauchen war jetzt nicht viel aber ich glaube da gibt es noch mehr da ist auch noch da ist auch noch kohle ist ja gut so das sollte genug sein um unsere crowd zu brennen ja acht stück so sehr gut so dieser spritz brenn weiter und schon mal ein paar ricks machen für die smelterie abwunden ist immer noch nicht gewachsen wir müssen noch viel mehr brennen das heißt ich muss noch mal kohle organisieren irgendwo hier war noch mal welche ja das war's dann für diese folge bis zum nächsten mal ciao